In den nächsten fünf Jahren wird sich der Immobiliensektor ganz zentral verändern, da bin ich die Auffassung. Wir werden ein Wachstum erleben. Nach wie vor haben wir die hohe Standortkunst. Opfiken, Kloten sind Flughafenstädte, wo Potenzial da ist. Wir sind überzeugt, dass die Wirtschaft nach wie vor an diesen Standort glaubt. Der Standort ist gut, da müssen wir zusammen arbeiten, da müssen wir kooperieren. Zwischen Privaten und Wirtschaft werden wir das Ziel erreichen. Wir haben Potenzial zum Wachsen in jeder Hinsicht. Wir haben attraktive Wohnräume, wir haben aber auch attraktive Anbindungen, was die Wirtschaft anbelangt und der Flughafen als Ganzes bleibt ein Wirtschaftsmotor und da sind wir sehr zuversichtlich.